Musik Hey Leute, was geht's? Jetzt wird die Gags und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Call of Duty Ghosts Tipps und Tricks In meiner heutigen Episode zeige ich euch, wie ihr ziemlich schnell leveln könnt, also deutlich schneller, als wenn man einfach so normal spielen würde Und ja, leveln insgesamt in Call of Duty Ghosts ist ja relativ schwer, sag ich mal, also es ist relativ langsam, zumindest kommt es mir so vor Ähm, dass alle noch relativ niedrige Level sind, was war bei Black Ops 2 viel schneller, dass die Leute da schon hohe Level waren Also es geht relativ langsam, es sei denn, man beachtet halt die paar Tipps, die ich euch hier gebe, dann sollte es eigentlich relativ schnell gehen Also zu der Klasse kann ich sagen, dass ich an eurer Stelle am ehesten eine Sub-Machine Gun oder eine Sword Rifle mitnehmen würde Also das, was euch am besten liegt, weil es nämlich darum geht, dass ihr möglichst schnell möglichst viele Kills schaffen könnt Also ihr müsst halt schon eine Klasse haben, mit der ihr gut klarkommt, das wisst ihr wahrscheinlich selber Und ja, Maschinenpistolen, also SMGs, eignen sich dafür besonders gut eigentlich, weil man mit denen ziemlich durch die Maps durchrushen kann Ähm, da kann man viele Kills machen und es hat auch noch den Vorteil, dass man die Maps ziemlich gut kennt Weil die Leute, die rumrushen, rum, rumrushen, die rumrushen, ähm, die kennen die Maps natürlich besser als die Leute, die die ganze Zeit nur an den Headditch-Positionen gucken Und ja, dann kennt ihr die Maps schneller und habt dann auch einen Vorteil vor dem Gegner Und macht natürlich viele Kills und somit viele Punkte Und ja, das ist ja das Ziel, was wir hiermit erreichen wollen Dann würde ich euch noch empfehlen, Hardliner mitzunehmen, ähm, und dann das Assault Package Ähm, weil das Assault Package, also davon am besten auch eine Killstreak, die Kills macht Also ihr könnt ruhig auch eine Setcom mitnehmen, das ist jetzt nicht so schlimm, aber Wenn ihr es wirklich richtig schnell machen sollt, würde ich eine, ähm, Killstreak mitnehmen, die auch wirklich Kills macht Weil, ähm, jeder Killstreak-Kill zählt, glaube ich, genauso viel wie ein normaler Kill Auf jeden Fall zählt das ziemlich viel Also Killstreak-Serien-Kill, ähm, zählen ziemlich viel dazu Und wenn man so eine Killstreak-Serie mal erreicht hat, dann kann man mit ihr auch ziemlich schnell ziemlich viele Kills machen Also das ist auch auf jeden Fall, ähm, sehr effektiv Und ja, damit sind wir auch schon beim Game-Mode, der ist nämlich auch sehr wichtig Also der Modus, den ihr spielt Und, ähm, ja, ihr wisst wahrscheinlich, dass ihr in Team Deathmatch nur 100 Punkte pro Kill bekommt Also das ist jetzt nicht so perfekt dafür geeignet Und ja, frei für alle bekommt ihr auch nur 100 Kills Allerdings, wenn ihr jetzt wirklich guter frei für alle Spieler seid Dann kann man da wirklich ziemlich schnell ziemlich viele Kills machen, dass es sich rechnet Also wenn ihr wirklich gut und frei für alle seid, könnt ihr das ruhig auch spielen Aber, ähm, sonst würde ich euch Search & Rescue empfehlen Das ist ja dieses neue Suchen & Zerstören Und, ähm, da ist es ja quasi die Suchen & Zerstören-Regel Nur, ähm, dass ihr halt diese, ähm, diese Dog-Tags, ähm, dass jeder, wenn ihr einen killt, lässt ja dieses Dog-Tag fallen Wenn ihr das einsammelt, dann kann der nicht mal neu spawnen Aber wenn das andere aus seinem Team einsammelt, dann spawnt der halt wieder neu Da kann man auch wirklich ziemlich schnell ziemlich viele Punkte erreichen Das ist halt nur nicht jedermanns Sache Weil, ähm, ja, Suchen & Zerstören Wenn man das nicht gut kann und dann direkt stirbt Und dann die ganze Zeit immer nur, ähm, warten muss Dann kann man natürlich nicht gut leveln Aber wenn ihr das halt gut könnt, dann kann es sich wirklich sehr lohnen Weil ihr 250 Punkte pro Kill bekommt Und dann noch für Probestätigung oder Verwehrung von diesem Dog-Tag Und, ähm, wenn dann zum Beispiel einer vor euch steht Ihr killt den und dann nehmt ihr auch noch das Dog-Tag Dann habt ihr schon 500 Punkte bekommen Und, ähm, wie lange kann das beim Team Despatch dauern, bis man mal 5 Kills gemacht hat Also, ähm, ja, das ist wirklich ziemlich praktisch Und wenn ihr dann sogar noch plantet oder defused Dann bekommt ihr auch nochmal 500 Punkte Also, ähm, ja, wenn man das gut kann Kann man da wirklich extrem schnell leveln Dann könntet ihr auch noch infiziert spielen Wo man auch relativ gut leveln kann Das hängt aber auch davon ab Wie gut ihr da drin seid Also, da bekommt ihr ja nur 50 Punkte, wenn ihr einen Infizierten killt Allerdings gibt es viele Leute, ähm, die wirklich extrem viele Infizierte killen können Weil die das gut können Und dann kann man auch wirklich ziemlich schnell Wenn die ganzen Infizierten kommen und ihr metzelt die alle weg Ähm, das bringt natürlich extrem viele Punkte Und, ähm, wenn ihr infiziert sein solltet Also, wenn ihr ein Infizierter seid Und dann einen killt, ähm, der noch nicht infiziert ist Dann bekommt ihr sogar 250 Punkte Und, ähm, ja, das ist auf jeden Fall auch ne Menge Als letzten Modus könnte man auch noch Cranked spielen Also, ähm, wie ihr wahrscheinlich wisst Bekommt man da am Anfang 100 Punkte Wie bei Team Bestmatch Und wenn man dann einen gekillt hat Bekommt man 200 Punkte Ähm, also, es ist quasi wie so eine doppelte EP Und, ähm, ja, der Nachteil ist halt Dass man in diesen 30 Sekunden auch nochmal einen killen muss Sonst explodiert man Ähm, aber, ähm, ich finde das jetzt nicht so schwer Also, man kann das auf jeden Fall schaffen Ähm, ja, also, das kann sich auch ziemlich gut eignen Vor allen Dingen, wenn ihr halt gut rumrushet Jetzt habe ich schon wieder das Problem rumrushen könnt Dann, ähm, ja, dann sollte das auch ziemlich gut klappen Und dann noch als letztes einen kleinen Insider-Tipp Also, ja, es ist jetzt kein richtiger Insider-Tipp Aber, ähm, ihr könntet auch auf jeden Fall diese Operation Also, diese Herausforderungen machen Also, am Anfang hat Infinity Ward ja gesagt Dass, ähm, Herausforderungen jetzt keine XP mehr bringen Sondern nur noch, ähm, Freischaltmöglichkeiten Also, Hüte und so für eure Charaktere Ähm, das ist aber jetzt irgendwie nicht so Also, ich weiß nicht, ob die das irgendwas falsch gesagt haben Oder ob die das jetzt einfach noch reingepatcht haben Auf jeden Fall ist das jetzt nicht mehr so Äh, die Herausforderungen sind immer noch da Und, ähm, wahrscheinlich macht sie kaum einer Aber ich kann euch sagen Macht die auf jeden Fall Die bringen verdammt viel XP Und sie sind auch meistens nicht so schwer Also, ich habe jetzt auch nicht so eine Lust, die zu machen Weil ich das... Na, ich bin da nicht so der Typ Tür Aber, ähm, die bringen wirklich verdammt viel XP Also, wenn ihr wirklich schnell leveln wollt Dann empfehle ich euch, diese Herausforderungen zu machen Weil die wirklich sehr effektiv sind So, damit ist das Video auch vorbei Ähm, schreibt mir bitte mal, welches Level ihr seid Das würde mich nämlich mal interessieren Und, ja, ich hoffe, es hat euch gefallen Wenn es euch gefallen hat, werde ich mich sehr über einen da noch umfreuen Und, ähm, ja, das war's für heute Haut rein, Leute Und, ähm, ja, das war's für heute Und, ähm, ja, das war's für heute